Hallo Technik-Freunde, ich möchte euch heute hier mal schnell einen Motor zeigen. Es handelt sich hierbei um ein Schnittmodell von der Firma Simson. Er ist Baujahr 1964, hat einen Hubraum von 50 Kubik, ist ein Zweitaktmotor und eine Leistung von 3,4 PS. Das Getriebe ist ein Dreikanggetriebe mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 kmh. Das Teil wurde in der Schwalbe KR 51 verbaut und im Star. Viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Wenn ihr etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zooms euch heran. Ich habe auch noch viele weitere Schnittmodelle in meinem Kanal, die könnt ihr euch auch alle gerne ansehen. Viel Spaß dabei.